Hallo, ich bin Martina und in diesem Video lernst du etwas über die adverbialen Ergänzungen. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen kompliziert, aber du wirst sehen, es ist ganz einfach. Ich zeige dir zuerst Sätze mit und ohne Ergänzungen, damit du weißt, wovon ja eigentlich die Rede ist. Bei dieser Gelegenheit werden wir auch auf die intransitiven und die transitiven Verben zu sprechen kommen. Denn nur die transitiven Verben benötigen eine Ergänzung. Dann sehen wir uns die Arten der adverbialen Ergänzung an und schließlich zeige ich dir, welche Wortarten zu den adverbialen Ergänzungen gehören können. Du solltest auch ein bisschen Vorwissen mitbringen. Du solltest wissen, was Satzglieder sind und die Wortarten kennen. Also wissen, was ein Adverb, ein Adjektiv, ein Verb, ein Substantiv und eine Präposition ist. Wenn du soweit bist, geht's gleich los. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinem Problem. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus auf www.sofatutor.com und dann auf www.sofatutor.com